Ja hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Age Game und zwar Love, jetzt kommt's, E-Qui-Ri, ich hoffe es war richtig ausgesprochen, Love, E-Qui-Ri, wird entwickelt, ach jetzt muss ich gleich mal, ne von Younger Younger Games, glaube ich war das, Younger Younger Mobile Games, war ursprünglich eigentlich ein reines Mobile Spiel gewesen. Gibt es jetzt aber auf Steam, könnt ihr euch auf Steam frei holen und Nintendo Switch, natürlich Mobile, ist ein echt unterhaltsames Spiel, ich find's gar nicht mal so schlecht ehrlich gesagt, ich hab's selber mir damals auf Steam geholt. Auf Steam, ich weiß nicht, ob es auch auf der Switch auch so ist, gibt es einen Bereich, den ihr euch vielleicht mal angucken solltet und zwar im Workshop, solltet ihr mal reingehen und solltet da mal auf den Uncut-Patch, würde ich gerne mal drauf hinweisen. Der das Spiel Uncut macht und dann ganz zum Schluss eigentlich nur eine Age Scene, in der Form eines Bildmaterials, denke ich mal, freigibt. Ansonsten, ein sehr unterhaltsames Spiel, nette Grafik, cooler Storyline, wirklich gut eigentlich bearbeitet, kann man sich echt nicht beschweren, das Spiel ist eigentlich echt nicht Mühe. Wir werden gleich in ein neues Spiel reingehen und uns mal die Story reinpfeifen. Ihr könnt das Spiel in allen möglichen Sprachen spielen, wir gucken mal, was für Languages es gibt. Hier sind übrigens die Mods, die ihr aktivieren könnt, wenn ihr diesbezüglich eine Steam-Version habt. Es ist zwar das Übliche, was wir auch schon kennen, wo sind denn jetzt die Sprachsochen? Naja, ist ja auch scheißegal, oder? Auf alle Fälle ist es Deutsch und ansonsten in anderen Sprachen alle auch erhältlich. So, wir gehen einfach mal direkt in ein neues Spiel rein, wir geben meinen Namen heraus. Ben, wähl den Modus aus. Ich bin nur wegen der Geschichte hier, gib mir eine Herausforderung. Das gab es damals zu meiner Zeit noch nicht, das wurde geupdatet neu dazu. Gib mir eine Herausforderung, ist gar nicht mal schlecht, ansonsten geht mir nur die Story-Wege ab. Wir machen aber, gib mir eine Herausforderung. Ja. Wir haben hier, ich hatte hier schon mal Safe-Games aufgebaut gehabt, weil ich das Spiel schon mal angetestet habe. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe es noch nicht durchgespielt. Und es ist, es ist schwer. Bro, wach auf! Nur fünf mehr Stunden. Du kannst nicht das ganze Morgen schlafen. Nuh-uh, nicht heute. Cold, huh? Ich kann das fixieren. Amy Ambush! W-wait! Happy Birthday! That's Sir to you, Sis. What are you yapping on about? Starting today, I'm gonna be a Squire. You- Really now? Then happy birthday, Sir Squire. So, what'd you get me? Something you'll definitely like. So, you better give me something good for my birthday as well. Oh, your birthday? You do remember, right? Yeah, for sure. Yeah, genau. Ich könnte schwören, dass ich in meinen Kalender geschrieben habe. Sehr gut animiert. Sieht echt schön aus. Cool gestaltet. Auch vor allen Dingen, was ich sehr interessant finde, sind, guck mal, wie die Art der Animation hier rüber geht. Auch das Augenflackern. Sehr schön. Macht den zwar eine wiederholte Animation, belebt aber die Characters enorm anstatt, wenn man hier mit Standbildern arbeitet. Es reichen leichte Animationen in verschiedenen Bereichen eigentlich schon aus. Es sind doch nicht mal hier die üppigen Dinger. Das sind die Haare, die sich bewegen, die Augen, die so leicht wackeln. Die Bewegung der Hand da unten dran. Der Hand auch. Sehr schön. Und die Vertonung absolut gut. Genau, wir sollen die Geburtstage überprüfen. So, ich habe es hier irgendwo markiert. Und da wissen wir also, dass hier Amys Geburtstag ist an diesem Tag. Und wir sollen ihr was Schönes schenken. Ja. Gut, dass ich es aufgeschrieben habe. Manchmal ist es wichtig. Ich schreibe mir auch Geburtstage auf. Ich bin ganz ehrlich. Manchmal verliere ich da auch schon den Überblick. So, gehen wir weiter zu Amy. Sie wartet. Ganz kurz vorweg. Ich möchte nur ganz kurz erklären, worum es in dem Spiel eigentlich ganz kurz geht. Wir werden knappe. Wir haben eine... Es kommt zu einem Krieg. So, und wir sind knappe. Das heißt, wir haben nur so und so viele Tage, bis wir in den Krieg ziehen müssen. Das wird uns auch gleich in der Story erzählt. Und wir sind auch Jungfrau. Das geht gar nicht. Erstmal gibt es lecker Frühstück. So will ich das sehen. Amy, hast du etwas mit deinem Haar gemacht? Du siehst heute absolut großartig. Du denkst wirklich so? Ich habe das neue Herbstschampoo hier probiert. Hey, warte einen Moment. Ich weiß, was du angeht. Schau dir, Mann. Sie werden mannlicher und mannlicher pro Jahr. Meine Güte, Papa, der Hühner aus dem Wald, der Bäume, kommt an und stellt sich mitten vor und sehen, ihr müsst mal unbedingt vergleichen, wie wir aussehen und wie Papa aussieht. Morgen, Pops. So, du bist jetzt ein Schwerer, oder? Du hast besser auf diesen Muskeln gearbeitet, Junge. Nichts, Pops. Gib mir ein paar Monate, dann werde ich wie du in keinem Zeitraum gerettet. Wirklich, jetzt? Sind du sicher, dass du das alles anwesst? Ich sag, er kommt aus dem Land der Bäume. Oh, du denkst, du kannst diese in ein paar Monaten bekommen? Deine Muskeln haben einen langen Weg zu gehen, Lade. Kannst du sehen? Schau, Pops. Niemals, Pops. Nur, dass du dich kennst. Oh, nicht schau, du kommst da. Oh, und Amy, hast du ihm das Gift noch nicht gegeben? Oh, ja, ich habe fast vergessen. Hier geht's, Bruder. für deine squirelye Debut. 50 Gold? Fertility God's Booty! Und, look, ein neues Set of Armour. Aw, danke, Leute. Danke, Bruder. Ich bin froh, dass du es möchtest. Attaboy, weh das Armour und make es Pratt. Natürlich, ich will. Oh, und die fun ist noch nicht vorbei. Das wird uns mehr Geld für trinken geben, nicht wahr, Dad? Natürlich! Welcher Art von responsabler Vater würde ich sein, wenn ich... Sweet! Willst du mit uns, Pops? Nein, ich kann nicht, Junge, sorry. Komm schon, nicht sogar für meinen Geburtstag? Oh, ich bin froh, Junge. Es ist immer noch Arbeit zu tun. Barn braucht eine Fischung vor dem Winter. Wer wird dann all das drunke Singen? Ich bin froh, Junge. Willst du mit uns singen für deinen Brünen? Uh... Please, Pops. Komm mit uns! I... I can't stand Amy singing. Hey! You'll be fine. And Amy, don't forget to be back here before sundown. Gotcha, Dad. Have fun, kids. So, bro, should we get going? Uh... I think I still have to... All right, I'll just meet you at the tavern. See you there! So, wie gesagt, wir wären Knappe. Also wir werden auch in einem, äh, als Knappe auch bekommen. Wir bekommen 50 Goldstücke. Vielleicht kann ich das Spiel mal ganz kurz erklären. Ähm, wir gehen raus. Und wir leben hier auf einer Farm. Das wissen wir jetzt selber auch. Das Ziel ist es einfach. Ihr seht selber hier diese riesengroße Platz, Krankenstation, Stand, äh... Stadt, Rand, Archiv, Schloss und Zuhause. Ein Ausrufezeichen bedeutet das, dass wir mehrere Möglichkeiten in der ganzen Sache haben. Ich werde mal einen Spielstand aufladen und euch mal ein bisschen mehr vom Gameplay zeigen. Sehr gut animiert worden. Also wirklich gar nicht mal so schlecht. Und wir sehen uns hier gleich wieder. So, ich bin mal hier im Zwischenspiel einfach mal angekommen. Guckt, wie die kleine Kakerlacke animiert ist. Ähm, ihr seht selber, hier kommen noch weitere Geburtstage, die... Es ist mein Geburtstag. Hier unten haben wir Hugos monatliche Kontrolle. Äh, das sollte ich nicht vergessen. Wir haben zwei, drei, vier... Vier Monate, glaube ich, Zeit, ne? Bis wir dann in den Krieg müssen. Das wird uns dann nachher später auch alles erklärt. Kein Problem. So. Jetzt mal ganz kurz vorweg. Ich zeige euch mal ein bisschen was vom Game. Ihr solltet ja auch vieles selber kennenlernen. Einige Charakter sind hier. Und mit denen könnt ihr interagieren. Stadt, Arbeiten, Geschenke, Familie. Ihr habt auch Herzensbalken. Das seht ihr hier unten so ein bisschen, wie die... Im... Äh, wie die... Wie die... Wie die Leute so... Ja, wie sie sich halt zu euch hingezogen fühlen. Sagen wir mal so. Ähm, wir gehen noch mal ganz kurz raus, weil wir lernen auch noch mehrere Charakter in den ganzen Sachen kennen. Hier sind mal wieder Quests mal wieder, die wir angehen können. Ähm, ich würde gerne mal wissen, dass es zum Zeitüberspringen... Manchmal müssen wir auch Zeitüberspringen. Das wird uns ganz am Anfang aber auch gesagt, dass wir Zeitüberspringen müssen, um eben halt, ähm, an ein paar gewissen Ereignissen teilzunehmen. Cool finde ich, wenn ein Charakter, wie sie jetzt zum Beispiel hier zu Hause ist, ist es so kleinmäßig süß animiert, dass sie dann eben halt da bleiben. Und ihr seht, wo sie dann auch sind. Ihr habt das Ziel des Spiels, es ist eigentlich das, keine Jungfrau mehr zu sein, innerhalb dieser Zeit, bevor ihr in den Krieg geht. Das ist das Ziel des Spiels. Ich will nicht zu viel spoilern, weil es einfach geil ist. Es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also wirklich, ähm, ich hab mal geguckt, also irgendwie steht es hier für 24,99 als Preis drin, also Dollar. Das heißt, da kommt noch ein bisschen was ab oder sowas, alles bei Steam. Ich kann die Kaufempfehlung hierfür wirklich rausschicken für Leute, die unheimlich Spaß haben auf Try and Error, also besser gesagt, Spiele zu spielen. Ich würde euch auch ganz dringend empfehlen, spielt das Spiel am Anfang, ähm, auf den, äh, Sachen, die ich das jetzt gespielt habe. Also, dass ihr eine kleine Herausforderung habt, ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, ihr müsst leveln, ihr müsst, äh, ach ja, übrigens, wenn ihr zu einem gewissen Ort geht, finde ich auch, eigentlich, es ist eine coole Idee, das nehme ich nicht negativ. Dieses Spiel spielt mit eurem Zeitmanagementgefühl, das heißt, jeder Gang, den ihr macht, der ist wirklich weg. Hier werden jetzt zum Beispiel zwei Stunden weg, ne, überall da, wo ihr hingeht. Hier wäre nur eine Stunde, ne, weil das näher dran ist zu eurem Bereich, wo ihr jetzt seid. Cooles Feature, gefällt mir vollkommen, also echt, das sind mal Feature, wo ich mal sagen muss, wow, da haben die Entwickler wirklich mal drüber nachgedacht. Klar, werden einige Leute jetzt kotzen und sagen, ah, die Zeit, die Zeit. Ich sage, ja, aber macht euch doch keinen, wenn ich ins Hemd, ne. So, wir bleiben nochmal ganz kurz hier, ich will mal mit ihr mal ein bisschen reden. Äh, Themen, statt Arbeit. Wir reden mal über die Arbeit. Hey, Sis. Wenn du nicht färmst, was für die Arbeit machst du? Würdest du nicht wissen? Hier geht's wieder, leckerer Arsch. Okay, lass mich euch erinnern. Es gibt mal ein bisschen weiter vor. Und alles verbraucht seine Zeit. Aber die Beziehung verbessert sich zu 20, äh, sind 20 Punkte gestiegen. Ihr könnt die Beziehung natürlich auch anheizen. Ach, Bessie eilen mich ein. Sehr schön. Cool, danke, Bessie. Ihr könnt die Beziehung natürlich auch anheizen, wenn ihr den ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mit Dampf gibt. Warte mal ganz kurz, ich gehe nochmal rein. Konnte ich nicht anhand der Knie hier oben? Ja, genau. Da war mir nicht das. Wir haben nämlich auch ein kleines Menü. Wir sind knappe. Wir haben Stärke 1, wir haben Intelligenz und wir haben Charisma. Ähm, das ist Hugh, der hat 140er LP und eine Stärke von 25. Wir haben Dings gekriegt und hier sind unsere Beziehungsbalken. Die Leute könnt ihr bekommen, oder besser gesagt, kennenlernen die Damen und, ähm, die Beziehung zwischen ihnen weiter schweißen. Meistens geht es dann einmal rum, bevor sich das Herz einmal erhöht. Ihr merkt also, es geht ganz schön zur Sache. Ja, aber glaubt mir, der Spaß, es soll ja auch nicht, also in dem Run soll es ja auch nicht darum gehen, alle zu daten und alles klar zu machen, was hier dabei ist. Sondern es soll darum wirklich gehen, dass man sich überlegt, welche Ziele man sich setzt hier im Leben. Was ich auch gar nicht mal so schlecht, dass es wieder durchspielen ist immer wieder ein neues Vergnügen wert. Und es stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen. Deswegen, also ich kann euch das Spiel wirklich nur wirklich wärmstens empfehlen. Es ist unheimlich cool. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die man hier nachher sehen kann. Ähm, wir gehen jetzt noch einmal zur Kaserne hin. Auch wenn es 9 Uhr ist, er marschiert hier los zur Kaserne. Die Zeit wird vorgespult, was auch völlig in Ordnung ist. Ich sehe da, ne, ist ja nicht schlimm. Hier können wir übrigens trainieren. Das kostet uns 10 Münzen. Wir haben noch 80 Münzen. Wir können im einfachen Modus trainieren. Hier sieht man ungefähr, was für Erfahrungen wir dafür noch bekommen. Und wir haben bis 1 Uhr trainiert. Das war schon mal nach Hause, nur mal weg. Ähm, geht das Spiel mal selber ab. Spielt das mal wirklich selber. Aber ich will einfach nicht so viel von den Spielspoilern, weil es wirklich sehr, sehr unterhaltsam ist und es sehr viel Spaß macht. Die paar Euro, die kann man dafür wirklich ausgeben. Wie gesagt, gleich vorweg. Ich weiß nicht, ich sehe es auf, ähm, Google Play Store kann man sich das Spiel holen. Ähm, auf, ähm, auf der Switch kann man sich das Spiel holen. Ähm, ich weiß aber allerdings, dass es auf Steam, äh, in den Workstation, oder, äh, im Workshop dann ein paar Uncut-Patches gibt. Ob die, also Uncut-Mods, das sind dann Mods halt, Uncut-Mods bekommt. Ob das dann auch für die Switch oder für die anderen Sachen steht, kann ich euch nicht vor Weisheit sagen. Also ich weiß es wirklich nicht. Auf alle Fälle ist es sehr unterhaltsam. Vielleicht nochmal ein kleines Let's Play wert. Also wirklich, das ist sehr unterhaltsam, das Spiel. Und auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.